Hey Leute, hier ist wieder eure It's Angie M und zwar mit einem neuen Video und diesmal mit meinen MAC Lippenstiften. Ich wollte euch heute in einem Lookbook zeigen, welche MAC Lippenstifte ich besitze. Irgendwie finde ich eine Farbe nicht, aber ich weiß nicht, welche Farbe es ist. Kennt ihr das? Irgendwas fehlt, aber ihr wisst nicht was. Ach und nicht wundern, falls einigen auffällt, weshalb ich hier überall solche Punkte habe. Aktuell geht in der Trend Amerika selbst kreierte Sommersprossen. Dazu habe ich auch schon ein Video abgedreht. Mal schauen, ob ich es hochladen werde. Wenn ihr diese elf Lippenstifte auf meinen Lippen sehen wollt, bzw. ein Lookbook mit den MAC Lippenstiften sehen wollt, dann bleibt jetzt dran und viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.